Musik So, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Wir waren stehen geblieben, zuletzt in den Arati Highlands. Dort bekommen wir jetzt allerdings nicht mehr so viel EP pro Quest. Weshalb ich mich jetzt hier mit Level 33 in die Hinterlande aufgemacht habe. Um hier dort die nächsten 2-3 Level zu verbunden zu bringen. Uh, das ist alles gelb. Schlimm. Ich hab jetzt hier, soll ich da rüber rennen? Werde mich aber, sofern ich hier nicht getötet werde, aber auf jeden Fall einmal anmelden für den Dungeon Browser. Der Kral der Klingenhauer ist dazu gekommen und Maraudern, die typische Grotte. Eins von beiden werden wir hoffentlich bekommen und ich nochmal das Klos da. Uh, da hat's zack zack gemacht. Das ist ein großer Tag. Geht's irgendwie mit den Innis recht schnell. Wenn die DDS dann machen, was sie sollen. Und wir haben den Kral der Klingenhauer bekommen. Hügel. Kral? Hügel? Hügel oder Kral? Ich glaub's, der Hügel. Ich bin mir das jetzt hier mal ganz so sicher. Eines ist doch der Kral. Ähm. So, nehmt Go-Go-Guano an. Ja, ich würd gerne... Nein. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Na. Weil ich werd hier definitiv nicht irgendwie versuchen, was Agro zu ziehen, was ich nicht soll. Weil, äh, ich hab kein Aue. Das ist es ja. Ich muss näher ran. Bleibt wachsam. Ich kann dir verkünden Schwierigkeiten. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Mächte der Erde. Verleiht mir Stärke. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ähm. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Mein Körper... ...kehrt in den Kral zurück. Kress war Aramob. Ah, ich hab ne Nachricht. Hupsala. Ah, das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ich kann das noch nicht tun. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Läger. Macht eure Fallen scharf. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich wünsche etwas... Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das schon mal funktionieren. Wie der Wattel... So. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das noch nicht tun. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Ja komm, macht mal Schaden hier. Funktioniert hier halbwegs. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Blut von Akamaga. Verbrenne sie. Mann. Ehren Spritter. Nehmt ihnen die Sicht. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Verleiht mir starke. Ich kann das noch nicht tun. Blut von Akamaga. Verbrenne sie. Ich kann das noch nicht tun. Haben die, glaube ich, den Luftgebrot ein bisschen angepasst. Naja. Lederbeine-Promonet. Das brauchen wir allerdings gar nicht. Und ich krieg's dann natürlich. Wunderbar. So. Da links rüber ist noch ein Boss. Die Promenen sind wirklich zu töten. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Meine Elber werden euch niedertrampeln. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Nagelt sie fest. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich hab den doch nicht ärgern. Boah. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Da ist er wirklich nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich muss näher ran. So. Also scheint ja zu funktionieren, wenn man will. Irgendwie aber auch nicht. Naja. An den Inis haben sie ja leider Gottes auch nochmal einiges gedreht. Also normalerweise, ich weiss mich schon fast gar nicht mehr aneinander zu. Ich bin außer Reichweite. Wer wacht leichter? Lenkt meine Klinge. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Steig es. Welche Augen? Ich muss doch noch sehen. Hallo? Ich glaube, ich war hier auch wirklich in der Züge. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Komm, du machst jetzt einen Abgang. Oh. So. Äh. Hauerhelm. Brauen wir nicht. 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 Grauen wir nicht. Ja, komm. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Fahrraday? Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Riesenfungus. Ich kann das noch nicht tun. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Noch nicht bereit. Ah! Scheibenkleister! CTF. Was war was denn jetzt? Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Kristalline Steinlinge. Oh nein. Nein. Ausfall. Böse. Steine. Steine über Steine. Was ist das denn? Ein Familiar der Kirin Tor. Was? Wir haben drei Magier. Drei Magier. Ah, jetzt ist es Maria und Josef. Gut. Fledermäuse. Komm zu Mama. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich scheint hier irgendwo zu funktionieren. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich hab doch die Akku von der Fledermaus. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Hier hinten Fledermas am Arsch oder meine ich dort nun? Zu weit entfernt. Nicht genug Wut. Ja natürlich. Na natürlich. Na natürlich. Okay. Wunderbar. Da haben wir Kralguano. Ich hab mein... Uh. So, da ist nichts mit drinne. Da war früher mal ein Eber. Irgendwie gibt's den jetzt auch nicht mehr. Oh Mama. Gerottenkröte. Riesiger Ochsenfrosch. Ah! Ramob! Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich hab ein Marmor. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Schöne mal ein Rahmen ob's warten. Ich muss näher ran. Oh, dick. Was hat denn jetzt willkommen... Ein Froschkasten? Ich hoffe gut, dass ich den noch nicht bereit schon... ...wacken. Ich kann das noch nicht tun. Das ist zu weit entfernt Na komm Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit Kriegt angenommen Ich sehe euch eindringende Jaja Ihr befindet euch auf heiligem Boden Und bäddolkende Frischlinge Ihr glaubt ihr könntet mich herausfordern Jo, denke ich Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit Noch nicht bereit Die haben aber wieder Ich glaub das ist schon Vorarbeit Für die neue Welt Oh Die Inge da schon gemacht wird Yay Quest abgeschlossen Fast Stufe 35 Aber auch noch fast So, restlichen Quests abgeben Da gibt es auf jeden Fall mal Immer wieder nix Doch, Kettenstiefel Warum ich den nicht holen darf Yay, Stufe 35 Halleluja Tschüssi Tschüssi So, wir haben Stufe 35 Damit waren es dann Schlussendlich nur noch 25 Bis zu Level 60 Wir machen uns Die kriegen wir auch noch hin Und Jetzt geht mir grad die Stimme weg Warum auch immer Nichtsdestotrotz Sind noch 25 Level Durch Inis geht's ja schnell Das sehen wir ja Wenn wir Tanks sind Äh Ich guck sobald mein Ding mal fertig geladen hat Guck mal auf die Uhr Wir haben Uhrzeit 2 Uhr 49 Ich habe angefangen Um Ich glaube Also ich renne jetzt mal noch Gerade ganz fix zu der Questgeber Die Questgeberli, ne Äh Wo ist es denn Ne Ups Jetzt bin ich hier schon wieder zu hoch Fast schon wieder dafür Ich will trotzdem noch grad hier Nein Ich will aber noch grad den Trollen in den Arsch treten Deswegen werde ich die Quest jetzt noch gerade hier anfangen Was ich hier machen kann Komm Genau Man Ja Selbst in den Hinterlanden gibt es sogar noch Leute wie ich Die kriegen es jetzt nicht zu verlaufen Das ist das Rerot Was zum Monster Rehe greifen an Primitive Eulen folgen mir Wilde Eulen Nein Das gefällt mir gar nicht Das gefällt mir überhaupt nicht So Äh Ähm Ähm Hilfe Was fand er da Oh 86er Magier Okay Und da rand ein Magier Okidoki So Und so Rennung leben Äh Oh verdammt 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 Hau doch ab! Fiss dich! Hilfe! Aua! 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 Jetzt bin ich aber noch in PvP gelandet Na bravo! Und noch Geisterwölfe hinterher Krieg ich geschickt Ui! Die wollen sich aber wehren Da steht jetzt Troll Troller stehen da Wo? Redet mit mir Ja sehr gerne doch Ich bin von den Verlassenen Und äh was wollte er jetzt von mir Früher ging sie glaube ich sogar noch drum Dass man sich komplett durchgequestet hat Und dann eben diese Prinzessin da Die da oben liegt Ich glaub äh Der zu helfen damals Ich weiß es nur nicht mehr so ganz genau Deswegen ich bin grad so leicht bis mittelschwer Am überlegen Ich mein ich HAT die Questreihe mal gemacht Das war aber noch zu PC-Zeiten Da war hier Noch nicht wirklich viel kaputt Echsen-Doktoren Da war hier wirklich noch nicht viel kaputt Und äh Da hat's auch eigentlich Musste man da aber als Allianzler questen hier Und hohr da weiß ich nicht Das hab ich nie gemacht Aber soweit ich weiß dass man sich dann hier einmal Komplett hochgequestet Dass man da auch auf jeden Fall Erst dann auch dahin kam Kiescher waren hier früher Level Was waren so Level 40? Level Ne Level 50 glaub ich war schon fast Und Da hat man dann doch schon ne Zeit Und wenn man dann hier fertig war ist man dann da hoch und hat dann den Hexen-Doktor getötet Und der Hexen-Doktor wollte einen dann unbedingt auch noch töten Und Ja Wie das halt so geht ne Alle wollen sie einen töten Warum auch immer So Spinner Ah Ich hab's doch irgendwo mal irgendwo her zu können Ah Spinner Da bin ich da drüber ran Hm Frischende Spinnlinge Irgendwie zählt das nicht Hm Vielleicht noch eins höher Eigentlich ja nicht Irgendwie Keine Ahnung Ach die muss ich einsammeln Was ist auch da drüber Und ich will die jetzt töten Hallo? Spinne Dann muss ich wohl Spinnen sammeln So manchmal sollten sie sowas aber auch dick und fett da drauf schreiben Um Bodos Kopf Ah Spinne einsammeln Ich kann das noch nicht tun So Spinnchen einsammeln Spinnchen einsammeln Gut dann gehen wir Spinnen einsammeln Ah Da ist auf jeden Fall der Typ den ich brauche Spinne So 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 Und jetzt mal bitte aufhören mich zu schlagen Danke So Feuer Jetzt brauch ich noch einen So einen Tiki Maske Und die Hexendoktoren Die sind auch irgendwie nicht da wie sie sollen Spinne Spinne bleib hier Ich brauch dich doch nur Ich will dich doch nur Ich will dich doch nur einsammeln Ich töte dich offen Und das weiß er mal nicht Äh Hexendoktor Boah Was ist der Krieger Den will ich jetzt zwar nicht unbedingt Aber ne Hexendoktor brauche ich Lass noch ne Spinne Oder Spinchen So Tiki Ziele haben wir alle Verbrannt Jetzt brauch ich hier lediglich noch die Hexendoktoren Und ne Spinne brauche ich noch Ich brauche ne Spinne Da ist wieder irgendeiner mit am Kloppen Ich kann das noch nicht tun Noch nicht bereit Na komm Komm Put 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 Da ist noch ne Spinne Äh Ich brauche aber noch nixen Doktor Oh Menno Ich kann das noch nicht tun Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit Noch nicht bereit Ich kann das noch nicht tun 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 Mach deinen Segen mein Freund Oh nie Ääh Naaaaa Nein Ich müsste nicht noch essen Essen Ist klar Ich Penny Was muss ich da fangen? So, mach mich. Mach dein Testament, mein Freund. Oh, ne. Ach, ich hab acht Spinnen. Deswegen. So. Dann muss ich mir noch einen Hexendoktor suchen. Hm. Hilft dir auch alles nichts. Dann brauche ich doch noch tatsächlich einen Hexendoktor. Und dann ist keiner da. Und natürlich ganz da oben. Mula. Ach du Gottes Willen. Die Leute kriegen ja auch immer schlimmere Namen. Naja. Ist ja alles bekanntlich Geschmackssache. Da ist glaube ich noch ein Hexendoktor. Na Gott, sie ist gedaunt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Komm, wir müssen jetzt zum Abgang. So. Dann haben wir die Quiz endlich fertig. Juhu. Komm ich da zwischen durch? Da muss ich durchkommen. So. Wir haben auf jeden Fall noch mal ein paar Question zum Abgeben. Wie geht's denn so, Mann? Kann nicht klagen. Auf dann. Nur nicht so schüchtern. Haltet euch vom Voodoo fern. Ja, ich bin ne Hammer. Hallo. Und nochmal ne Quiz abgeben. Und da haben wir sie wieder an der Gilde Wohlwollend gegenüber eingestellt. Level 35 Dreiviertel. Und somit endet das heutige Let's Play. Ich bedanke mich natürlich wieder ganz ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch und mir genauso viel Spaß beim nächsten Let's Play. Und bis dahin. Wir sehen uns. Tschüssikowski Leute. Tschüssikowski Leute. Und da. Und da.